Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlichst Willkommen hier zu einer neuen Runde Boomer 40.000 Rogue Trader. Ich überlege, ich überlege, nehmen wir sie mit. Nee, dich nehmen wir raus, dafür nehmen wir mal den Hendrix mit. Witzig. Ne, nicht witzig, doch nicht. Ich nehme mal den Hendrix mit. Und dann gucken wir gleich nochmal, bevor es losgeht, was unsere Ausrüstung angeht. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir hier das gleiche Problem haben wie beim Schiff. Ganz kurz hier rein, ganz kurz da rein. Granaten voll, da fehlen Granaten. Du kriegst noch eine davon und du könntest auch heilen, brauchst du aber nicht. Was bist du nochmal für eine Granate? Einfach mal zu testen. Du bist voll. Das darf ich nicht verwechseln, das sind Blendgranaten. Genau. Du bist voll und Hendrix ist auch voll, okay. Hat Hendrix noch andere Sachen, die wir ihm in die Schuhe schieben können? Der Träger hat einen Verbrauchsgegenstand benutzt, der nicht mit einem Angriff verbunden ist. Nein. Kette, Auge. Oh ja, eine mit. Ja, eine mit. Haben wir eine neue Rüstung? Was hat Hendrix eigentlich für eine Rüstung an? Mittel. 45 Jahre mittlere Rüstung. Hört, sieht was aus wie der letzte Heuler damit, aber scheiß drauf. Waffen, er hat da eine... Pistole. Können wir dir... Ei, gucke mal eine an. Dir können wir die Nadel an die Hand drücken. Und dir? Haben wir für dich eine neue Pistole? Nö. Äh, Hendrix, warte, 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 ich bin doch nicht so weit. Ne, das war's erstmal. Kette haben wir nicht. Gut. Wir haben Hendrix so weit ausgerüstet. Wir müssen einmal hier durch. Schütze, 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 das müssten die überletzten Piraten sein, die man gar nicht mitgekriegt haben hat, was nicht los ist. Ich schaue immer meine Schütze. Ich mache ein Beispiel aus dir. Schau ihnen keine Merse. Willi geht da in Deckung. Meine Eldari-Freundin. Ja doch, geht hier in Deckung. Tech. Tech. Tech geht nach... Da. Agenta. Gehst in diese Kiste. Agenta. Abela geht nach... Da. Hendrix, mein Freund. Ich mag die Inquisition. Aber... Huuuuhh. Dich stecke ich doch da. Wer fängt an? Der da hinten? Und dann? Irgendwer anders. Irgendwer anders. Ich schaue mal drauf. Ach, da kommen ja noch mehr. 30 Leute! Ich habe gar nicht nach oben geguckt. Ich dachte, das hier ist alles. Aber 30 verfickte Hühner? Giftmischer. Der ist da hinten. Gegen den kann ich nichts machen. Wer bist du denn? Das bist du. Dich kann ich direkt rausnehmen. Ich fange aber, glaube ich, eher mit der Scharfschütze an. Gut, dann nehme ich halt Agenta. Agenta, meine liebste Freundin. Warum eigentlich nicht? Das ist für die Wege. Du bleibst da stehen, wo du bist. Du wirst nicht wegrennen. Willi ist dran. Willi kann da direkt eine Granate... Schade! Und dann sagt Willi sich... Du, pass mal auf! Ich sage dir persönlich. Ich mache das. 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 Was wird die Giftmische da hinten? Ja, aber ich war Giftmische Pfeilen. Ach das war's ganze Schützentrum. Okay. Was war das? Remi der Bleiregen. ok jetzt geht es okay gilder psycho so so sie aber ganz genau das machen wir 2 mit einem schlag das schon mal gut einmal beute zweimal beute dreimal beute ja du musst und du bist so welche truppe ist das denn das ist cutter oder sind das alles cutter das sind die cutter hier die vierer gruppe das ist die schützen dahinten so vollkommen uninteressant das ist der einzelne giftbüscher anscheinend ok dann ist erst agenta wieder gut da ich jedes mal meine drei ich könnte die hinten erstmal alle blind dann sind die mir erst mal egal oder ich hau da direkt eine granate rein habe ich schon mal zwei raus sagen ja da kann ich aber nicht mehr schließen also dann spreche ich einmal toll aus und muss ein aufheben das kostet ja nicht stimmt äh ich kann dir eh kein anvisieren gut ach jetzt kann ich wieder ein anvisieren ok er geht ein bisschen nach hinten in der hoffnung dass er da ein bisschen mehr deckung hat und dann das hier anzugehen weil ich glaube ich muss mir hier ein bollwerk aufbauen die cutter sind erstmal scheißegal da habe ich sie keine geraten ich habe momentum das ist wunderprächtig wer ist danach die schlitzer das sind die hier hinten scheißegal also der ist als nächstes dran und die drei schläger das sind die ok hier sind es vier schlitzer das müssten die hier sein ne der da ist der wichtige ok also er muss raus geht das technisch gesehen geht das und hat eine geringe reichweite der schuss ja der geht geht dann noch eine granate ja kann ich aber direkt da hinten reinhauen die ist ja gratis könnte ich könnte ich könnte ich ja war klar sprinte kann ich entdeckung sprinte also egal die sind mir vollkommen wumpe so genau fokus junger mann fokus wir schmeißen hier oben eine brandgranate rein wir würden nur den ersten treffen was aber scheißegal wäre aber ich darf das nicht mehr machen ok wir überlegen uns ganz kurz was wir jetzt hier tun was ist das der assassine wählt einen gegner in seiner sichtlinie und markiert eine zusätzliche blöße bei diesem gegner auf der seite die dem assassinen am nächsten ist wenn diese zusätzliche blöße bis zum ende des zuges der assassine nicht getroffen wird verschwindet sie könnte ich machen ganz kurz gucken nein der assassine beeinträchtigt einen feind mit minus 10 blablabla ich rücksichtsloser heap wir machen erstmal einen rücksichtlosen heap oder kann ich das auf mich selber machen ja kann ich das in verbindung mit dem rücksichtlosen heap auf den sprechen ja rein stürmen kann ich nirgendswo ich will nicht objektiv verdammt Abela Abela ist dran Abela da hinten sind Cutter hast du bock auf Cutter ich meine du könntest dich auch nie kümmern weil nach dir sind wer ist nach dir dran der Schlitzer da hinten die Schläger das ist uninteressant dann sind die Giftmischer dran dann sind die Schützen dran ja dann vergiss ich mich also Abela kümmert sich um die Schützen hier ist ja eh kein Feuer kannst du da rein springen ja und dann würdest du den da direkt raus nehmen viel Spaß danke dann machst du einen kraftvollen heap und zwar damit und einmal rauf da so muss das sein mein lieber so muss das aussehen richtig reingeholzt ordentlich Schaden ausgeteilt zwei rausgenommen hier wir gehen oh Gott die Frage ob ich bereit für Workout bin ich bin doch noch am Arbeiten ich will nicht sterben hier so wer ist dran Willi ist dran Willi möchte es wieder mal wissen und Willi sagt Agenda weil Willi sie nicht sieht warum auch immer wir aktivieren natürlich das und dann gehen wir auf die zwei mit dem Moment nochmal auf die zwei nochmal auf den ja weil ich würde den unbedingt raus haben weil der erscheint mir ich gehe mal ein Stückchen vor nur mal so dann ist Willi wieder dran Willi könnte mit Granaten arbeiten macht er nicht Willi arbeitet mit seiner Plasma kann Willi hier irgendjemanden rausnehmen ohne einen anderen von uns zu töten Willi könnte mit viel Glück Perfekt genau das will ich Will Momentum haben ja haben wir irgendein Gift oder irgendwie sowas das ist also uninteressant und Abela Abela ist dran und sprintet äh nee kann man gar nicht aber Abela macht direkt einen kraftvollen Hieb ich bin nicht interessiert auf den da auf den Pycho und zwar nochmal ich will mich im Flammenwerfer raus haben das kann man nochmal machen das kann man nochmal machen so wir sind durch ne ich kann mich nicht mehr bewegen gar nichts ich ernenne dich gill gill Psycho komm wenn das auch gratis ist hauen wir das auch nochmal drauf ich habe alles durch weggerannt warum ist der weggerannt ist er tot so der Psycho ist weg warte ist der tot ne er ist nicht tot so meine Eldari ist jetzt natürlich gefangen im Nahkampf also geht sie auch in den Nahkampf sie bleibt im Nahkampf sie bleibt im Nahkampf ähm oder ja aber ich nutze das um nach da zu rennen ja aber ich bin dran ich bin dran ich kann jetzt gezielt noch keinen rausnehmen ich muss aber anfangen jetzt wirklich gezielt Leute rauszunehmen um ja Wer ist als nächstes dran? Da sind die Cuttern dran, da sind die da oben. Das sind die Schützen, das sind die Cuttern. Nehmen wir doch die zuerst aus. Jawoll. Äh, aus. Dann so. Dann so. Dann so. Äh, das. Das. Und. Pferde. Ja, die Cutter rennen jetzt erstmal zum Abela. Was sehen ist der Nachkämpfer? Die Schützen? Weiß ich gar nicht, haben die irgendwo drei Schusslinge? Ja, haben sie. Da muss ich echt mal gucken, wo sind denn hier die Türen? Ah, zwei Treppen und ein Balkon. Okay. Wer ist gerade da? Agenta ist gerade da. Agenta? Ich mach erstmal wieder den da. Und muss den da gezielt raus. Ich will diesen Nachkämpfer loswerden. Agenta? Kannst du mir da mal erklären, warum du da einen Lebenspunkt stehen lässt? Wenn ich jetzt den Schuss dafür verschwenden muss. Den ich lieber auf die da angesetzt hätte. Ja. Ja. Da war da auch noch ein Boss drin, ne? Das sind die normalen. Jetzt müssen wir mal gucken. Also ein Boss. Hier oben ist nichts mehr, ne? Hier sind nur noch Truppe. Truppe. Die da. Die Truppe. Und die Truppe. Die Bosse sind alle raus, ne? Gut. Wir gehen einfach wieder gegen den Nachkämpfer und machen den da weg. Weil der weg muss. Ähm. Dann wechselt Abela mal kurz auf die Richtung. Einfach mal rein da. Ist ja vollkommen scheißegal. Obwohl, warte mal. Wir bleiben mal kurz auf die Waffe. Äh. Ich hab zwei. Dann mache ich die zwei. Falls nochmal auf mich geschossen wird. Oh, ich bin so lange auf die Waffe. Ich bin so lange auf mich geschossen. Abela hat es enttäuscht mich. So. Willi ist dran. Willi könnte jetzt gezielt eine Granate da rein oder da rein. Da würde ich drei Stück treffen. Ja. Das ist auch richtig so. Agenta. Ich nehme dich jetzt mal ganz kurz. Ja, tu es. Wir stehen da raus. Ein Moment. Danke. Danke. Ähm. Momentum kannst du gar nicht machen. Nö. Du bleibst da stehen wo du stehst. Du stehst da perfekt. Was wollen denn hier hinten? Wir haben noch zwei Schützen und ne. Doch da ist noch ein Boss. Der Schlitzer. Die sind alle Schlitzer. Gut, die Schlitzer sind scheißegal. Die müssen eh erstmal im Nahkampf kommen. Die Schützen wäre noch interessant. Äh. Willi sagt. Ich habe noch einen Punkt. Und. Er ist so gut wie getan. Ich werde das machen. Dann ist die drei Gruppe Schützen dran. Da ist noch ein Boss. Irgendwas ist er noch. Mh. Meine Liebe. Was mache ich mit dir? Wir fangen damit an. Perfekt. Ähm. Jetzt sehe ich gar nichts mehr, ne? Gehen wir weg. Ja. Ich habe noch zwei Punkte übrig. Wenn ich muss. Dieses Tidium ist hinter mir. Mein Tech ist dran. Mein Tech geht ein nach vorne. Und ein Topf ist hier nach vorne. Ah. Ich liebe meinen Tech. Ich liebe ihn. Ehemal. Kann ich ein Ding einnehmen? Nein. Kann ich. Stuhksam. Lässt du Miami? Dieses Tidium ist, ja. du kannst da bleiben die volldeckung das könnte dass wir wieder im weg stehen aber egal agenta ich liebe meine scharfschützen wenn das jetzt noch ein scharfschützen polter wäre alter aber mein süßer setzte von kraftvollen blätter splatter splash splash und dann stürmst du einmal rein klingt doch gut oder so war mit einverstanden willi ist dann willi geht nach da ne willi geht nach da muss da gleich ein boss in empfang nehmen willi ich bin ja begeistert du hast ja mal was geschafft das überlege ich gerade kriegt die nicht rein aber agenta sag mal kriegst du zufällig irgendwem ah die haben sich jetzt die superhirne da versteckt kannst du irgendwem heilen meine liebe agenta hier bist du nicht dicht genug dran und laufen darfst du nicht ja gut dann war das egal willi ist der braucht ein bisschen zufällig also 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 abela und agenta die sind heute richtig zucker oh ja danke dass du da bist mein freund ich habe schon auf dich gewartet das kriegen wir natürlich nicht hin warte mal ich kann hier irgendwie gar nichts sprechen ich weiß nicht wie wo was wie das funktioniert das kann ich auch auf keinen machen weil keiner im nahkampf ist das kann ich auf einen entfernen ich bin im low momentum okay der hat nichts drauf der hat da auch nichts drauf der hat auch nichts drauf ich spreche alles was wir haben auf den so und das ist die große frage was machen wir hier kannst du irgendwen sehen außer dem da aber der ist ja egal wenn ich nach da gehe uuuh ja und du kümmerst dich schon mal genau um diese Schützen hier oben ich meine wenn ich die möglichkeit habe die schützen von hier unten auszuschalten ohne da hoch zu gehen mit dem kater ja zu mir runter kommen zack ist doch wunderbar ähm könnte ich von da aus sehen warum nicht drück mal den einfach noch mal einen rein ja ich bin noch aber ich bin einfach wieder zurück in die bessere Deckung ja die kater tun genau das was wir sollen wir können ja auch nichts anderes machen ähm abela glaubst du du schaffst das den jetzt platz machen das nett von dir ähm muss ich ganz kurz mal was gucken könnte ich fürs darstellen danke und hier machst du das da und kannst eh auf keinen sprechen und das da so für den Fall der Fälle dann kannst du sie nämlich gleich heilen Willi ist dran Willi haut einmal ein Plasma da drauf ja Willi sagt du bist dran er hat zwar kein Scharfschützengewehr mehr aber es reicht aus Willi ist fertig ja komm mal einmal den da und den da kann es eh auch kein Sprecher sprechen wir mal einfach irgendwas drauf ja ich weiß so jetzt sind hier alle Schützen weg kannst du ja eigentlich da in Deckung hüpfen und du langweilst dich denn kann sich selber heilen in der Zeit hör auf auf meine Technologie rumzuhacken die kann nichts dafür dass du so doof ist wenn ich den ersten schon mal sehe kann ich da auch hin jetzt müsste der einzelne Schütze noch irgendwas langweiliges tun Agenta meine Liebe wenn der einmal nachlandet ja ich weiß du bist ja aber die stehen so schön in Reihe und Glied ich bin ehrlich da kann ich nie wieder stehen wenn die da so schön stehen wie auf einer Perlenkette aufgezogen wäre ich doch bescheuert wenn ich das nicht ausnutzen würde ich bin im Momentum das ist schön das ist Abelahne so mein lieber Abelah richtig hast du Bock auf Blutrausch komm mal her holen wir mal die große wieder raus ich liebe diesen Mann ich glaube damit kann ich besser abwehren aber das fertig ne Willi ist dran Willi ködert muss Willi eigentlich ködern blöde Willi kann man einfach den ausschalten ich gucke mal wen sehe ich denn da wen sehen meine Oldein denn da hallo letzter Überlebender ich würde sagen wir haben es geschafft richtig richtig schön reingeklotzt so wir mal ganz kurz was gucken also 20er Rüstung das behalten wir auf jeden Fall die können weg die schwere behalten wir die schwere behalten wir ich glaube die können wir alle weglegen du bist eine Eldari einer die Gefährdkampf ist Edrukari die behalten wir einfach mal packen wir mal drei können weg so muss man ganz kurz gucken also ich weiß wo wir denn jetzt wie überall hin müssen um Sachen aufzusammeln wir sammeln jetzt noch schnell auf den Helm behalten wir auf jeden Fall 40er schwere Rüstung behalten wir auf jeden Fall die sind alle gleich dann können sie zwei von weg dann haben wir da alles dann müssen wir da hoch da auf der Treppe liegt noch einer die wir nicht aufgesammelt haben ich lasse mal wie er ist dann haben wir hier hinten noch Leute geschnitzelt irgendwo hier zwischen das war es noch nicht denn irgendwie muss ich gucken ist hier noch was aha was haben wir da holopods die rumpelpump wir gehen da jetzt noch schnell rein in der Folge falls es zu einem Kampf kommt hier ist nix sind wir hier ja wow gut dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zusehen wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder also bis denne tschüss